Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Seven Days. So, wir haben hier alles ausgeladen beim letzten Mal. Die Reparatur-Gids sind noch in Arbeit. Das reparieren wir später, wenn sie alle fertig sind. Ich werde sowieso noch ein paar mehr machen müssen. Das Problem ist jetzt hauptsächlich bei uns... Hier ist auch so gut wie kein Eisen mehr drin. Hier sind beide leer. Wir brauchen dringend Eisen, weil ihr habt es ja gesehen, wir haben hier auch keine Datenmoney mehr. Deswegen werde ich jetzt mal schnell davon ein bisschen mitziehen mit euch zusammen ein bisschen. Ehm... Na, was soll ich sagen? Eisen holen! Ah, das ist ja noch nicht schlimm. Gut, ich nehme den Junk-Torret jetzt nicht mit. Einfach aus dem Grund, bei der großen Fläche bringt er uns eh nicht viel. Das geht, der Ruggi-Zuggi. Da machen wir wieder einen Schnelllauf. Dann passt das alles. Ich laufe da mal eben schnell rüber. So, dass ich zumindest die beiden Schmieden wieder voll klatschen kann. Und ich dann gegebenenfalls ein Datenmoney machen kann. Weil die brauchen wir ja nur wirklich. So, ich werde aber einmal... Vorher habe ich noch, ne? Jo, einmal die Wurf hier reparieren. Sicher ist sicher. Wohl, Eisen, führt nun mal kein Weg dran vorbei. Wir brauchen Eisen. So, den... Erstmal hier oben noch ein Stückchen. Und den war da unten. Hier ist aber auch mehr Blei als Eisen. Eisen ist ja auch noch, aber nicht mehr so viel. Aber ju, das geht. Der ist noch heute. Sehr schön. Den formen wir hier mal schnell an. Okay, Moment, Moment. Wir haben hier gerade so eine Schei-Tante. Komm her. Die hat Garantie-Kleide. Jo, hat sie. Hilfe geholt? Da ist doch schon die grüne Schelzi. Hallo. Oh, kommt ein paar mehr. Ich weiß schon. Der ist auch noch da. So, du lebst auch noch. Welch mit dir? So, bitte. Lebst immer noch. Immer noch. Sag mal, was willst du denn aus? Da ist noch... Oh, Hausmeister. Kapuzen-Honnie. Krieg ich alles hin? Bitte. Lebst immer noch. Tschüssi mit dir. Wollen wir? Oder wo ist das wieder? Ach, der Schönling. Hallo. Mensch, lang nicht gesehen. So. Das war's doch schon wieder. Gut. Irgendwie viel Eisen hab ich inzwischen. Aber weiter nicht genug. Gut. Du, die Sorgen. Da legen wir noch mal eine zweite Runde ein. Weiter geht's. Und da haben wir die nächste. Gut. Gut. Hat sie geschrien oder nicht? Wisst ihr doch eigentlich? Haben sie das frei gehört? Ja, gut. So ist natürlich schwierig mit Eisen fahren, ne? Aber... Habt ihr nicht geschrien? Doch. Woll grad so gehen. Hätt mich auch gewundert. Alles EP? Okay. Okay. Da kommt der nächste her. Komm her. Komm her. Da ist noch Kapuzenhornis. Komm her. Mensch. Zu doof zum Treffen hier. Du. Ich brauch noch ein bisschen Eisen. Der Schönling schon wieder. Okay. Hallo Schönling. Lang nicht gesehen. Magst du eine Keule? Da hast du. Bitte. Und nochmal. Komm noch mehr. Und der ist ja schon tot. Gut. Also laut Mugin müsste ich euch eigentlich noch so ein bisschen was kommen, ne? Und noch ein Schönling. Halla. Mensch Junge. Und zieht immer eine neue Huse an. Neu ist zu spät. Gut. Aber trotzdem brauch ich noch ein bisschen. Der Oma hier nochmal kurz runter simmeln. Ich mein, das geht eh gleich wieder los. Ich glaub hier ist noch ein Schnelldurchlauf. Lungt sich auch nicht. Die kommen hier ja am Lauf in den Bohnen. Das kann ja gar nicht richtig abkühlen, weil ich hier ja am Dauerboden bin im Moment. Oh, hab ich ja das Euseln brauchen. Das geht ja zum Glück relativ schnell. Ist ja nun nicht so, dass der Bohrer da lange braucht. Sehr schön, sehr schön. Hier ist aber auch, glaub ich, Blei und Kohle mitzwischen. Hab ich, glaub ich, auch schon eingesammelt. Müsste ich gleich mal gucken. Oh, definitiv. Hier ist der Spirit, Olli. Oh, ein bisschen Kohle in der Torwart. Ah, guck mal. Vielleicht noch einen kompletten 6. Also so, dass ich 4.000, 6.000er hab. Dann krieg ich die Bohnenschmieden erstmal voll. Der passt dann erstmal. Das geht ja nur rohgi, zucki. Was muss, das muss. Ah, hier ist aber auch jetzt mehr bläu als Eis. Na, guck, gab doch sogar ein Level-Op. Da kommt garantiert wieder Uschi um die Ecke. Da bin ich mir sicher. Jo, da ist sie doch schon. Ich hör sie doch schon. Hallo, Uschi. Moine Dame. Tragen wir an. Jo, jo. Bitte. Wo sind denn deine Kollegen? Ich hab das doch genau gehört. Du hast doch geschrien. Na, wir haben es doch schon vor. Da ist die Schelzi. Gleich gerünt von neid. Oh, machen wir dir mal ein bisschen Feuer unterm Hintern. Aua. Noch nicht, Schelzi. Zusammen mit Schade. Stirb. Da. Zwei Kapuzen, Hannesse. Bitte. Wo ist das schon wieder? Oh, nicht mehr doll wird hier rumrennen. Ne? Das wollen wir mehr, du. Aber immerhin ein bisschen Epay. Das kann auch nicht schaden. Hier, ich fuhr noch mal einen zweiten hinterher. Dann haben wir das wenigstens voll. So, wir haben jetzt... Oh, das Deck, der muss noch voll. Dafür kommen wir nicht dran vorbei. Dort kriegen wir aber hin. Auch wenn hier so langsam der Eisenvorrat weniger wird. Doch, ist hier ja genug, ne? Wir nehmen hier, wenn schon Oli's mit. Auch das, was noch in den Wänden steckt. So. Oli'sen ist immer gut. Sehr schön, sehr schön. Oh, komm, bleib kann auch nicht schaden. Auch wenn wir davon genug haben im Moment. Aber... Wenn's schon mal hier ist. Schaden kannst du nicht, ne? Du hast noch Eisen in der Wand. Doch, noch. So, ich boh hier schon viel zu weit runter. Ich muss erst mal hier. Genau. Muss für Oli's weg hier. Auf jeden Fall haben wir diese Eisenbeine doch schon sehr gut traktiert. Also, so langsam geht der Vorrat hier zur Neige, wie man sieht. Aber gut, was soll's? Wir haben auch schon sehr viel Eisen verbraucht. Wirklich sehr viel. Hier ist größtentollst wie der Bläu jetzt. Oh, ein bisschen Eisen. Ja, guck mal, hier geht's noch ein bisschen weiter runter. Sehr schön. Aber ich glaube inzwischen auch hier. Doch, da kommt Uschi schon wieder. Ich guck gleich nochmal. Aber ich glaub, das war voll. Hallo. So, ich komm mal hoch zu euch. Wenn ich da raufkommen würde. Ich hab, glaub ich, zu viel weggebohrt. Ne, geht. Jo, guck mal, da sind die Herrschaften. Hallo, Freunde. Zumindest den einen sehe ich. Wo sind die anderen? Da. Bitte. Du auch. Bitte. Nur die zwei. Ne, hätt mich auch gewundert. Wo ist denn der Rest? Schon wieder unten, oder was? Was macht ihr da unten? Ich bin hier oben. Da unten ist er, jo. Der grüne Joe. Hallo Joe. Drop an, Mensch. Kommst du hier hoch? Ist jetzt zu doof, den Weg zu finden, oder was? Komm ich immer runter zu dir, Mensch? Kann so nicht wahr sein hier. Bitte. Ach, da, Mist. Der Hausmäuser noch. So. Hier. Dafür, dass du deine Arbeit nicht erledigt hast. Dort war's da schon wieder. Gut, und Eisen haben wir jetzt. Ja, sechs, zwölf, acht. Wir haben genug. Definitiv. Sogar ein bisschen Kaule. Blei auch schon wieder mehr, als ich wollte. Aber so langsam, aber sicher. Hier ist noch Kaule, ja. Da unten. Geh so langsam. Gut, hier geht's noch weiter runter. Das Eisen doch so ein bisschen zu neu gehen, ne? Halt, eine Sache muss noch weg hier. Der futzelt da an der Wand. Das kann doch so nicht sein, ne? So. Jetzt gehen wir erstmal nach Huse. Können wir das da einschmelzen? Echt jetzt? Wegen eins und fitze. Komm her. Bitte. Kipp oben. Genau. Burn, Baby. Jetzt ist er verbrannt. Okay. Wenn er so Feuer und Flamme ist von Begeisterung, ne? Muss ich unbedingt mal eine bessere Leute hinbauen. Sag mal, willst du mich da jetzt nicht mal hochlassen, oder wat? Geh doch. Sehr schön, sehr schön. Auf ne Huse, rein in die Schmiede damit. Damit ich das Ganze hier mal anständig reparieren kann. Was muss das muss? So. Ich sag mal, das ging ganz schnell. Und hier werde ich wohl, das mache ich später, die eine Lampe nach da setzen. Glaube ich auf der anderen Seite. Hier vorne den Block wegnehmen. Und darauf eine Plotte, damit sich das hier mit verbindet. Wenn es denn funktioniert. Also eigentlich müsste ich den hier im Mutterboden räumen. Und darauf die Plotte, ne? Wenn es denn geht. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es hier gemacht habe, aber ich glaube auch so mit Platte, ne? Ja, ich habe die Platte, glaube ich, auf dem Mutterboden geklatscht, ne? Irgendwie so war das. Damit die Landebahn zumindest ordentlich abschließt. Da fällt mir ein, ist das da inzwischen eigentlich mal gewachsen? Das sieht fast so aus. Ich werde gleich gucken. Aber erstmal muss hier das Eisen rein. So. Aber Lehm ist so gut wie voll. Du kriegst Eisen. Du kriegst Eisen. Schmelzen. Hier genauso. Du kriegst Eisen. Du auch. Schmelzen. So. Der Rest kommt dann erstmal hier wieder mit zu. Hätten wir jetzt zumindest auch nochmal 6000, ne? Und du, mein Freund. Du bist inzwischen fertig. Okay. Wollen wir mal ein bisschen Bläu reinpacken. Da hat er wieder was zu schmelzen. Und der Rest, wie die Kohli. Und. Na gut, Stein, Lehm. Und das kommt natürlich hier rein. Stein wird eng. Aber passt noch. Sehr schön. Sohn kommt ein bisschen mit rein. Lehm. Na gut, die zwei können auch mit rein. Und das kommt in die Verkaufskiste. Du hast inzwischen zwei halt mal ein paar fertig. Du hast alle fertig. Mensch, du bist ein Traum, Junge. Den reparieren wir mal schnell hier. Den Kram. Ich vergesse das sonst. So, das muss reparieren. Was machen die denn da drin? Die sollen die Küche. Das muss reparieren. Alles repariert werden hier. Ich meine, verkaufen du. Du, ne. Du bist heile. Verkaufen du es erst, wenn die Kiste voll ist. Aber trotzdem mal reparieren. So, die sind heile. Das ist heile. Das ist heile. Das ist heile. Der muss noch. Gut. Den einmal kurz durch reparieren. Du einmal. Du einmal. Sehr schön. Zack. Zack. Da gehen die Kids weg. So. Bisschen schneller, mein Freund. So. Der geht noch weg. Der kommt eh in die Kiste. Der geht weg. Bringt doch mehr Geld, wenn es repariert ist. So, den holen wir jetzt gleich. Da sind doch schon wieder ein Haufen Kids weg, du. Naja, wir haben jetzt noch sechs über. Das räuchte erst mal. Wieder räumen damit in die Kiste. Diep, 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 diep. Holt, die habe ich vergessen. Den mache ich gleich. Dekon wieder rinnen. Ähm. Das soll ja sowieso rein. Und ich zutiere die gleich einfach. Das rennen, das rennen. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht meine Sachen reinpacke. Das wäre schon ein bisschen doof. Ne, mein Buch habe ich hier unten. Dort ist meins. Das ist meins. Yo. Sehr schön. Und den reparieren wir noch einmal. Dann haben wir noch fünf über. Gut. Ne? Da. Wunderbar. Dann ist auch alles drin, was auch rein soll, ne? Oh, dürfte zumindest auch ein bisschen Schotter wieder bringen. Perfekt, perfekt. Wie sieht es hier mit dem Zement aus? Ich glaube, ich habe jetzt wirklich erstmal genug Zement. Der schmilzt aber noch. Der schmilzt noch. Die Messung schmilzt aber auch fertig. Gut. Oh, Benzin doch ein bisschen viel. Boah, der Mann hat das bisschen hier. Das kommt da mit drin. Die Gleiser noch in die Küche. Und da gucke ich mal kurz noch die Felder hin. So, hu. Ich wollte hier sowieso, hu, bloß die Weg bauen. Warte mal, wir hatten zwei Wegbeginne. Wollen wir kurz was gucken. Boah, wir haben ja unser letztes Klebermann verbraucht. Wie viel Kleber ich noch habe? Kleber? Kleber? Zwei Kleber. Gut. Ich brauche einen Kleber. Habe ich noch? Ich glaube, ja. Ich habe ihn noch. Sehr schön. Und der macht gerade nichts. Kleber. Triebes Wasser. Okay, das wollte ich mich gerade gucken. Was ich dafür brauche. Das wusste ich nicht mehr. Ja, gut. Triebes Wasser haben wir jetzt nicht so viel. Aber das sollte reichen. Gibt zumindest wieder ein bisschen Kleber. Wie viel kriegen wir hin? 102. Passt. Mehr davon hatten wir nicht. So, die Ohne kommt wieder rein. Den macht nun mal. Wird ja wohl verlaufen. Wird es nicht. Dann können wir später noch ein bisschen Klebermann machen. Gut. Du restliche drübe Wasser. Hier wieder mit drin. Sehr schön. Den gucke ich jetzt drüben einmal nach die Felder hin. Die müssen wir ja noch erwoiten. Außerdem fehlt ein Skippunkt, den wir eben gekriegt haben. Die Frage ist jetzt natürlich immer noch. Wohin? Hier. Klatsch für den letzten Ausdauertraining rein. Boah, vielleicht mache ich da so ruhig weniger Essen. Aber... Joah. Vielleicht auch noch mal Jägersmorgen. Sehen wir mehr Tiere oder so. Also... Hier ist ja nichts Wichtiges mehr, du. Laufen und schießen vielleicht noch. Aber ansonsten... Da ist nichts Wichtiges mehr. Und hier haben wir auch so ziemlich frostes Allee's, ne? Gut, das brauchen wir nicht. Dort nicht. Das auch nicht wirklich. Tja. Haben wir alles Wichtige. Aber dann können wir immerhin noch ein paar unwichtige Punkte verteilen. So, mein Freund. So, mein Freund. Ehm. Du gehst einmal da hin. Halt. Bevor ich jetzt weglaufe. Ich sehe es gerade. Da ist noch was im Inventor. Oh, was in die Kiste gehört. Hier, die da. So. Die, 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 die. Sehr schön, sehr schön. Die bleiben ja sowieso hier. Aber die werde ich auch mal ernten. So, damit ich sie gleich wieder so Seeds machen kann und nochmal anpflanzen kann. Wie sieht's kriegt er raus? Drei, ne? Oh. Gut. Mal nix. Das wenige von Mal zu Mal mehr. Irgendwann haben wir es voll. Sehr schön. Hier nochmal das Gleiche. Da haben wir ja gut aufgeforstet beim letzten Mal. Trotzdem einmal durch. Das Feld muss ja auch voll. Sehr schön. Dürfen wir natürlich nicht viel gießen. So. Wie viel sieht's ruhig denn hier aus? Ah, fünf oder so, ne? Ne, zehn dürften es sein. Ja, genau zehn. So. Den einmal hier hin. Einmal da hin. Da. Das Feld ist zumindest schon mal halb voll. Jo, da kommt schon wieder Besuch, Mensch. Was ist denn nun schon wieder? Jo, Kaffee, kümmere ich mich sofort drum. Hier ist ja nur Dauerbesuch im Moment. Was war das denn? Uschi. Uschi ist tot. Gleich eine Delle in der Straße, Alter. Guck dir das mal an. Gleich eine Delle hier drin, du. War bestimmt die Waffe. Oder ist Uschi so schwer? Ja, man weiß nicht. Die Frau sieht doch schon leicht rüstig aus, ne? Jut, jut. Dem machen wir nochmal den Kaffee. So. Da nochmal. Sehr schön. Da haben wir die Felder hier vollkommen. Aber ich glaube, es fehlen noch noch Farmfelder, ne? Gleich mal gucken. Ja, da. Das dürfte er auch nochmal ein paar geben. Eh, Rezepte. Doch, nee. Nicht Kaffee. Kaffee so. Ja, immerhin sieben Stück. So. Na, pflanzt doch mal ordentlich. Kaffee ist immer so eine Sache für sich mit Pflanzen. Kommt doch langsam. Kommt doch langsam. Also, ja, Jut. Halbvoll ist das vorne auch noch nicht. Dafür brauchen wir erstmal verraten das Fleisch. Da haben wir nicht mehr. Es kommt aber, das gummt aber. Sehr schön, sehr schön. Gut, den haben wir jetzt erstmal alles Wichtige erledigt, würde ich sagen. Den können wir jetzt nochmal kurz nach hier unten flutschen. Allerdings möchte ich nochmal kurz nach dem Zement gucken. Der müsste ja hier irgendwo mal fertig sein. Der braucht immer noch 24 Minuten. Zumindest er hier ist fertig. Aus Saison haben wir erstmal ein bisschen Wurst. Das ist schön. So. Der ist auch noch nicht fertig. Weil ich brauche Blöcke. Gut, warte mal. Dann nehmen wir mal hier die 5 raus. Da nehmen wir auch 5 raus. Zock, zock, zock. Und den machen wir da nochmal schöne Betonblöcke. Gibt immerhin 1000 Stück. Das ist auch schon mal was. Auch wenn er so eine halbe Ewigkot dafür braucht. Und den werden wir demnächst noch in Betonansätze sehen. Dafür müssen die Bäume aber erstmal fertig werden. So. 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 Sogar viel zu viel. Warum auch immer. Mehr. So. Dann brauche ich den erstmal. Ja. Verdammt. Gut. Das Juga-Samen. Ne. Juga-Frucht. Gut. Ich könnte vom Bein rein theoretisch noch einen machen. Aber. Was soll's. Was soll's. Jetzt können wir aber erstmal nach unten flütschen. Schön hier drin. Wohl. Da sind wir ja auch noch lange nicht fertig. Das soll ja gut aussehen. Dab-taday. Zwar wollen wir hier ja mal ein Treppenhaus zu bauen. Genau. Hier fehlt das sollte ja komplett zu. Und ich hatte auch Angst. Das reicht nicht. Ne. Irgendwie sowas war das. Den machen wir jetzt auch erstmal durch. Ich brauche nochmal ein paar Holzräume hin. Machen wir mal 200 Stück. Dann haben wir erstmal welcher Vorrat. Holz haben wir ja nun wirklich genug. So. Den mal gucken, ob das hält. Für dich das hier zuzimmer. Wo ist es mit nicht? Das werden wir sehen. Wenn hier glaube ich alles wegbricht, dann sind wir wahrscheinlich mühs. So. Scheut aber zu halten. Sehr schön. Wunderberechtig. Wunderberechtig. Einmal nach oben. Du bitte auch. Du einmal nach unten. Dem mache ich das hier einmal zu. Hätte ich eigentlich auch aus Betonblöcken machen können. Aber gut. Koppelsitzungen haben wir ja auch genug. Den hole ich davon auch gleich nochmal ein paar. So. Hier wird schon alles ordentlich aus Beton. Aber jetzt erst Motoren. Bis auf die zwei. Da will ich mal was gucken. Warte mal. Das zieht mir hier in mich zu. Ich hau mir die Rübe ein. Warte mal. Bevor ich da jetzt. Hier jetzt hinbauen würde. Kommt man nicht mehr durch. Oder? Nein. Und wenn ich da eine Schräge hinbaue. Warte mal. Suche eine. Suchen bestimmt nicht. Warte mal. Einer drehen. So. In etwa dachte ich. Kommt man da so noch durch? Ja. So sieht es mir schon viel besser aus. Wunderbar. Jetzt sieht es mir echt auch ein bisschen schnuckeliger aus. Perfekt. Wieso fehlen da Blöcke? Ich glaube ich hatte keine mehr. Gut. Den. Ich erstmal da oben noch mit. Der wieder runter. Mache hier oben erstmal alles fertig zu holen. Dann machen wir noch Gommelstone. Und. Profi. Ich habe noch irgendwo ein paar Blöcke. Oh. Da braucht er wohl ein Wäuche. Die jetzt alle herzustellen. War glaube ich über zwei Stunden. So. Aber was muss. Das muss. Sehen wir es mal so. Das gibt auch alles EP. Ich weiß zwar nicht mehr wohin mit den ganzen Punkten. Aber. Dadurch erhöhen wir auch die Game Stage. Das macht das Ganze wieder interessanter. Besonders bei der Hode. So. Das geht ja nur schnell hier. Und das ist auch der Grund warum ich größtenteils mit den Betonblöcken arbeite. Spart man sich die ganze Aufwärter. Auch wenn das auch Werten und EP gibt. Aber scheiß auf die EP. Die kriegt man schon durch Quests. Hode genug. Sehr schön. Sehr schön. Die Träbe muss noch. Oh das geht ja ohne so rucki zucki hier. Dann passt die zumindest symmetrisch hier auch mal zusammen. Farbenmäßig. Das geht ja so nett. Wunderbar. So. Und hier müsste dann Räume theoretisch hier auf dieser Räume, der hatten wir ja gesorgt, wieder eine Träbe runter, weil wir später die untere Etrange haben. So wohin ist es ja noch nicht. Und hier wollte ich heute middig wieder Gang raus haben. Gut, da habe ich jetzt Blöcke hingebaut. Das ist doof gelaufen. Aber da müsste ich sowieso erstmal abzählen, wort hier middig ist. Mensch. Oh ja gut, wegen der Träbe müsste der Gang ungefähr hier hin. What a more. Ich muss mal zählen, sonst wird das hier nix. Ihr werdet mal wieder zu normalen Blöcken, bitte. Sehr schön. Äh, kann ich das von hier zählen? Von hier sieht man es doch besser. Träbe sind zwei. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay, das haut ihr hin. Hör doch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der wäre hier quasi... Na, kriegt das da hin? So. Das von beiden Seiten sechste. Der wäre das hier der Durchgang. Das müsste hinhauen. Mehr wollte ich ja gar nicht. So, das heißt, hier müsste hin und... Da müsste hin. Und die da müsste hin wieder weg. So. Hier müsste der Gang durch. Sieht wahrscheinlich etwas gummisch aus, aber... Oh, ich jetzt... Wieso laufe ich hier immer runter? Ja, gut, aber so ist das, sonst ist das nicht symmetrisch. Und die Treppe, warum wir denn da einfach rum? Das müsste passen. Gut, den brauche ich einmal gut zum Bohren, damit ich die Tür schon mal anbohren kann. Oder anzeugnen in Fachkreisen genannt. Ich nenne es anbohren. Einmal gut sie durch. Die Bläcke hätte ich mir auch nicht schenken können. Aber gut, da gibt es Schlimmeres. So einmal rin. So einmal rin. Und oben drüber noch die zwei. Da mache ich einfach wieder so einen Rundpup. Genau. Das müsste hinhauen. Ja, den Tank doch auf, Junge. Hat er früher mal automatisch gemacht. Mittlerweile muss man immer klicken. Von alleine trinkt er nicht mehr. Darum wird das hier mal ein richtiger, schöner Dunker wird. So. Die müssen definitiv mit raus. Und dahinter ist noch Blei oder sowas, wie es aussieht. Jo. Die, 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 die. Sehr schön. Darum dann den Rundbogen rollen. Den haben wir dort hier. Die können jetzt wieder weg. Perfekt. Dann gucke ich erst mal kurz nach Gobelstone. Ein bisschen brauchen wir ja noch. Und auch mal sehen, wie viele Betonblöcke wir schon fertig haben. Hm. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen, sagte ich. Ich gehe doch mal auf die Leiter. Hm. Mensch. Das ist ja schlimm mit mir, du. Klopp ich da. Ich habe gerade beim Hochkletterer die rechte Maustasse gehauen. Außer sehen. Ah. So. Äh. Beton brauche ich aber eigentlich auch ein bisschen, ne. Ich meine. Ist jetzt nicht viel. Aber wenn ich jetzt aus beiden mitnehme. Brauche ich zumindest ein bisschen. Ah. 65 Blöcke sind jetzt auch nicht die Welt. Aber nehme ich auch mal mit. So. Ich hatte hier doch noch das Zement. Genau. Hade noch ein paar. Und dann nehme ich hier auch mal. Einer mit dem Hostat. Sehr schön. So. So. Den kann ich da zumindest. Schon mal die Gobelstone-Bühne geh. Zu Beton machen. Mehr will ich auch nicht. Die. 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 So. Den einmal den raus. Den einmal den rein. Angemalt wird dann auch alles noch. Erster Gobelstone. So. Das geht ja relativ fix. Und den mal gucken. Wie wir das onmalen. Wie das denn aussieht. So hier ein gemütlicher Bunker werden. Und nicht einfach nur ein Betonbunker. Das soll ein richtig gemütlicher Wohnbunker werden. Eine Kuschelhöhle. So. Das ist der beschädigt. So. Scheintlich auch so sehen Magiengeburt oder so. Wäre ja nicht so ungewöhnlich bei mir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das Ganze müsste jetzt noch einmal zu Beton hier. Aber einfacher Beton reicht, aber zumindest einmal Beton. Geht hier auch rugi-zugi und gibt vor allen Dingen sehr gut EP. Haben wir ja, glaube ich, den Rest haben wir zum Glück gleich aus Betonblöcken gebaut. So. Hm, 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 hm. Ah, ich weiß nicht, ob der Beton reicht, die ich mithöre, aber wenn wir das wehen, wir sehen. So, ja, ordentlich wehen. Das Loch, wo die Leiter runterführt, das kommt später weg. Die Leiter soll hier weg. Dafür bauen wir das direkt ein Haus, damit wir hier keine Leiter mehr haben. Das muss doch nicht sein. So. Oh, könnte irgendwer mit dem Beton, aber zumindest gibt es gut EP. So. Du, du weg. Ah, komm, dann haben wir es ja gleich schon. Hier ist ja schon die Treppe. Den passt das doch. Nur kurz das Stück hier, glaube ich, mit. Sonst muss ich ja gleich wieder hinlaufen. Ah, ich glaube, das wird echt eng mit dem Beton. Gibt doch mehr drauf als gedacht. Ah, Notfalls haben wir oben noch was. So. So. Hier und das Stück noch. Und den passt es. Sehr schön, sehr schön. Na, reicht. Perfekt. Perfekt. Wie viel ist es noch über? Wir wollen es ja ordentlich. So. Sehr schön. Ah, unten konnte ich eigentlich noch nicht bauen, weil halt die untere Etrange noch fehlt, ne? Das geht noch nicht anders. Ich kann ja jetzt nicht einfach den ganzen Bonen reinziehen, aber eigentlich schon. Da könnte ich eigentlich rein theoretisch schon mal zumindest Träbe anfangen hier, ne? Aber jetzt will ich erst mal das fertig machen. Ah, den sollte ich vielleicht noch. Das sieht sonst ein bisschen doof aus. So. Meine Idee war, hier soll es ja weitergehen. Hier sollen den, dafür brauche ich erst mal die Rundbüder gehen. Ähm. Die da. Genau. Und die andersherum. Sehr schön. Ich erinnere, wie wir so einen Runddurchgang haben. Den mache ich die da jetzt erst mal voll mit Beton. Oh, es wird schwierig, da oben anzukommen, aber ich boh... Nein, noch nicht wieder so weit, du dämlicher Bohrer, Alter. Echt jetzt? Also, mansch mal, du... Ah, Junge, dann kannst du den hier auch gleich wegbohren. Tut er denn not. So, Moment. Jetzt brauche ich doch echt nochmal Holzframen. Ich fühle doch kein Loch in der Wand. Das ist zu weit. Darin. Darin. Mei, oh, moi, oh, moi. Zumindest zu Holz mache ich sie. Oder zu Stein. Was soll der Gold? Wir haben genug. So. Ähm. Und den einmal nach oben. So, ja, du, das springt hier echt, das... Oh, gut, das Thema hatten wir ja jetzt schon tausend Wochen hier. War's das schon? Hä? Irgendwie sieht die Egge hier so... ...eckig aus. Warum? Sehr komische Egge. Aber gut. Egge hat morgen eben keine Ecken. Sehr schön. Jetzt brauchen wir die Betonbüge. Aber die nur Morlin. Zock. Man, hier muss Eva da rein, daher, ne? Aber eins an dem anderen. So. Jo, hier muss definitiv noch die Wand rein. Zock, zock, zock. Komm ich überhaupt hoch? Ja. So, den brüchern so einmal wieder den Bohrer. Das Ganze muss natürlich bis zur Decke. Ah, muss sogar noch ein Stück her. Sehr schön, sehr schön. Gibt zumindest wieder ein bisschen Stein. Auch wenn's nicht viel ist. So. Ja gut, Stein haben wir im Moment genug. Aber da geht gleich eine ganze Ecke Stein weg. Zack, zock, zock. So, jetzt einmal kurz das letzte Stück da rausbohren. Sehr schön. Da oben haben wir ja schon die Decke. Na? Sehr schön. So, dann kann ich das hier nicht voll blöken. Einmal da, da. Zack, zock, zack. Und den Rest möchte ich ja von hier unten. Dieb, 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 dieb. Sehr schön. Und meine Idee war jetzt, damit es gut aussieht mit der Treppe, quasi, da müssen wir erstmal gucken, ob es wirklich gut aussieht. Meine Idee war jetzt bis hierhin die ganze Wand vorziehen. Könnte sogar noch was aussehen, ne? Dann müsste ich aber ehrlich gesagt auch einmal zumindest bis hier die Frames ziehen. Sonst kann ich mich ja nicht mehr bewegen. Das hier muss natürlich offen bleiben. Hier soll der Gang rein. Warte mal, dann mache ich das jetzt einmal mit Holzframes hier drin. Reicht denn definitiv Holz? Zack, 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 dorthin, dorthin. Da muss natürlich Beton rein. Der Gang selber soll ja aus Beton sein. Ich bin zwar jetzt eine sehr, sehr dicke wohnt, aber dafür eine schicke waren. Wo komme ich denn so an? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Hm? Hm? So, einmal gut zu steaken, das Ganze. Komme ich denn so an? Ne, ne? Doch. Hier, dort reicht schon. Hier innen drin. Mehr muss dort hier nicht werden. Okay. Ah, ich mache jetzt erstmal alles, wo ich rankomme zu Holz. Den sehen wir ja, was noch fehlt. So. Oh, das ist ein bisschen umständlich das Ganze. Ist mir bewusst. Aber dafür sieht es hinterher auch gut aus. Hoffe ich zumindest. Ich bin mir da noch nicht so sicher. So. Da bin ich mir, ehrlich gesagt, echt gerade nicht sicher. So. Auf jeden Fall will ich die Wand hier definitiv noch fertig haben. Perfekt. So. Dem habe ich noch mal ein paar Frames. Ähm, 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 ähm. Dorn, dorn. Zock, 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 zock. Ich glaube, die werde ich noch einmal schnell, sonst komme ich da gleich nicht mehr an. Fähig machen müssen. So. So. So, und ich glaube, den Rest kann ich jetzt erstmal voll frame. Zock, zock, zock. Und hier vorne vorkommen den aber schlicht und einfach den Betonblöcke. So. Sehr schön. Den darfst du einmal gut zu Stegien. Oh, da geht jetzt aber auch gut Holz bei Weg, ne? Aber jo, dafür haben wir ja ein schickes Treppenhaus. So. Aber dann haben wir da auch die Treppe ein relativ gut versteckt. Finde ich jetzt. Und die sieht halt ein bisschen hässlich aus. Du hast die ganze Absicht dahinter. So. Sehr schön. Den nochmal zum. Den natürlich auch nicht vergessen. Der muss ja noch. Den kommen hier vor jetzt die Betonblöcke. So war eh es gedacht. Ich meine, die werden jetzt nicht reichen. Zock, zock. Wird das denn überhaupt aussehen? Warte mal. Jo. Haben wir hier die volle Wand und da geht dann nicht die Treppe auf der Wand hoch. Jo, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Zock, zock. Die können den hier in Ruhe rumtrocknen. Do hin, do hin. Ich meine, die werden jetzt innen reichen. Zack, zack. Komme ich da oben ran? Ja. So. Zock, zock, zack, zock. So. Moment, da fehlt noch ein bisschen was. Aber man sieht es schon, ne? Jo. Und was in der Angemalte? So soll es nämlich so aussehen, als wenn die Treppe auf der Wand hoch geht. Jo, das hat doch was. Und hier kommt dann halt auch noch so schrägen hin, dass quasi der Gang unter der Treppe durchgeht zum nächsten Raum. Hier kommt dann die nächste Treppe runter. Der ein Postert. Da fehlen auch noch Blöcke. Gut, aber der konnte jetzt erstmal Ruheblöcke herstellen. Pro kleine Koten haben wir ja nur eins dick in. Wir sind für heute erstmal am Ende. Mal sehen, wie das aussieht, wenn es fertig wird. Ich hoffe, euch gefällt es denn auch. Aber zumindest habe ich einen Bunker von der Art so im Spiel noch nicht gesehen. Soll ja gemütlich werden. Schön, dass ihr da wart. Morgen geht es dann weiter. Bye, bye.